Wir fahren vorzeitig nach Hause, weil die Olympische Idee nicht mehr hotelzinteuer und da kommt es hier, für Stabhochsprung muss ich eben noch kurz machen. Darf ich mal eben machen, Herr Jungmann? Darf ich mal Haare schneiden? Eine meiner Lieblingsdisziplinen, Stabhochsprung. Ich mach's kurz vor, wir wollen nicht so viele Worte verlieren. Stabhochsprung, der Fernseher, bis am nächsten Abend die Lottofee erscheint. Und sie sagt meine Zahlen, ich bin Millionär. Ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Ich gehe in ein Geschäft hinein, will mir eine feine Jacke kaufen. Die Verkäuferin packt mir eine Fahrradkette ein. Damit gehe ich nach Hause. Ich stelle mich in den Flur, ziehe die Fahrradkette einmal rüber. Doch, es sieht ja gar nicht aus. War ich vielleicht im falschen Jackenhaus? Ich habe mich vertan. 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 Ich habe mich vertan.